Hi, ich bin Philipp und ich bin professioneller Drogentester. Drogenkonsum ist immer eine heikle Angelegenheit. Um einen guten Trip sicherzustellen, sind ausgiebige Tests unabdingbar. Ich arbeite mit einer Palette an Verfahren, um stichhaltige Testergebnisse zu garantieren. Kein Scheiß, manche Leute strecken ihr Zeug wirklich mit laxativen. Qualität? 3 von 10. Aber was ist schon Durchfall für die Sicherheit meiner Kunden?